Ich denke, es war. Es muss die andere Partie von uns selbst gewesen sein. Also, es ist so, was uns mit uns passiert. Aber ich glaube nicht, dass sie nichts für nichts gefühlt war. Die reale Yukiko will uns etwas zeigen. Ich kann es fühlen. Sie hat uns gerade gesagt, sie wollte uns etwas zeigen. Es ist schwer zu erklären. Es scheint, dass sie eine starken Verbindung zu diesem Kastel hat. Das ist viel mehr gefährlich, als ich dachte. Yukiko! Hey! Nicht wieder. Verdammt, wir haben uns nicht gesagt, dass wir uns selbst weggehen. Ohohohohohoho! Du hörst von irgendwoher voices. Ohohohohohoho! Mein Prinz wird bald für mich kommen. Ich werde immer noch warten. Forever and ever. I hear voices, but the only thing I sense here are Shadows and you guys. Sensei and Shadows. Oh, there we go. Hey Sensei, listen to this. When you attack Shadows from behind, Sensei will have a sensational advantage. Hm. Ach ja. Sensei, sensational advantage. God, Teddy! Ah! Okay. Ich war fünf von zehn. Joke. At best. So. Bad advantage. Oh, zu fangen. Ähm. Ich probiere direkt mal an CEO. Ich habe ja keine Ahnung, was die Schwäche ist. Noch nicht. Okay, das ist schonmal nicht. Ähm. Gucken wir mal, was mit Wind ist. Someone elses turn. Ja! Ja! Warte, ich will aber noch gucken, was die für eine Schwäche haben. Vielleicht ist es ja du, ähm, andere. Ich weiß. Ich weiß es auch nicht. Naja. Dann hauen wir uns einfach zu kaputt. Oh bäh. Na ja. Das war's allerdings. Jiraiya ist level up. Okay, kriegt allen Scheiß wieder. Und jetzt, äh, gucken wir mal. Lass mal hier rein. Und jetzt, äh, gucken wir mal. Und jetzt, äh, gucken wir mal. Du, 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 du. Diese aggressive Musik. Okay, 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 okay. Ah, hat er uns jetzt erst getroffen? Ah, verdammt. Aber noch nicht am Rücken! Ach du Scheiße! Oh, jetzt waffen die sich. Okay. Vielleicht ist der Wind gegen Vögel gut. Keine Ahnung. Wenn die hinfallen. Mal gucken. So. Okay, vielleicht Blitz. Ja, bitte. Ja, dann ist er jetzt gleich mal so. Na ja. Hau mal alle um, und dann können wir... Und dann... Machen wir hier wieder Gruppen-Action. Ja. Bam! Geht los. Soll. Wollen wir nur gleich einen Mana-Trank oder so. Hey! Ich leveled ab! Hey! Wufu! So, checken wir jetzt mal das Item hier. Und dann gucken wir mal. Drei, genau. Ähm... Item. Show. Da, okay. Ähm, 50 auf B. Aha, aha. Da SP. Okay, Soul Drop also. Auf Superman. Oh, was? So wenig. Wie viel bringt das denn? 50. Das ist aber zu viel. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Ja, okay. Dann machen wir noch ein paar von den... Machen wir noch zwei, da. So. Auf geht's. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu große Verschwendung. Aber wir haben ja vielleicht noch einen... ... fetten Endgegner vor uns. Wir wissen ja nicht, was passiert. Sack. Es sind drei Enemies. Warte! Ähm... Hat er nicht... Ach ne, das war der Andere, der uns Neues dazu gelegt hat. Gut, Garo bringt ja nicht viel, weil das Wind ist. Also machen wir jetzt mal den Bash. Ja, okay. Das war... Nice. Guck mal nochmal. Nochmal, wo viel Glück. Nein. So, mach mal den einen Sio und den anderen mit normalen Angriff. So, ich hoffe, das reicht für den normalen Angriff. Nein. Ärgerlich. Ohohoho. Ohohoho. Es kommt zurück! Hurry und beat' es! Hey! Ajam! Woohoo! Chiechan! Das war's! Das ging gut! Ich würde mich interessieren, was der... ...Yousuke ganz nett da in seinem iPod hört. Aber anscheinend kann er dadurch besser kämpfen. Also soll's mir egal sein. Bam! Wen haben wir? Oh, wer die kleine Hämpchen? Und dem haben wir ja noch nicht... ...wirklich erfahren, was sie für die Fläche haben. Ich denke mal Bash ist Glück. Auch nicht wirklich, aber ich mach's trotzdem. Das ist so dick. Ähm. So, wenn nur... Ja, wir haben auch noch... ...nur vier Tagen. Cleve. Oh, was nun hält der? Oh shit, der war aber... ...nicht wenig schade, ey. Da ist kein Problem. Slash! Bam! Level 8. Okay, Level 8 ist schon mal näher an Level 10. Und vielleicht schaffen wir's sogar noch hier in der Tour. Zwer... ...zwer... ...cool. So... ...Lifestone. Man muss ja echt aufpassen, denn nachher... ...nicht das wir hier... ...gleich ungeklatscht werden vom Boss. Ich glaub, wenn man nämlich mal getroffen wird, dann wird man nämlich richtig hart getroffen. Okay, hier geht's höher. Dahin geht's, glaub ich, noch ein bisschen weiter. Okay, warte mal. Vielleicht haben wir hier noch was. Nö. Okay. Ich denke mal, da waren wir schon überall. Und, äh... Bevor wir hochgehen... Oh, falsch. Drück mal Start. Fangen wir nochmal lieber an hier, um ein paar Leute zu heilen. ...und, äh... ...dreißig Prozent. So, das war okay. Auf geht's. Ich glaube, der Yosuke kann auch heilen, falls es gleich brenzlig wird. Oh! Willkommen! Danke, dass du heute hier in der Amagi-In gekommen bist. Dein Raum ist hier richtig. Wenn wir euch helfen können, dann kannst du dir helfen. Anyway, bitte, lass uns sofort wissen. Was ist dieses Lied? Dieses Lied ist nicht ein Inn. Es ist total ein Kastel. Ah, warte, ich... Ja, muss ich jetzt... Guck mal, vielleicht haben wir einen Engel... ...Ansemble mit dem Welt-Key... Ah... Das ärgert mich. Vielleicht kriegen wir einen Schlüssel, der vom Endpost ist. Keine Ahnung. Mal gucken. So, das muss der Advantage haben, ja. Richtig. Es sind drei solche Engel. Aber sie sind zu lang. Ah, ja. Aber wir sind leider nicht so gut. Ah, machen wir mal Sio. Sio, Sio. Ah, ich will jetzt nicht so viel Mana verschwenden. Na, mach mal Garou, komm. Den Großen. Es ist jemand anderes. Was? Das ist einer! Hey, John! Das ist einer! Nochmal noch ein Garou. Auf dem Kleinen. Auf dem Kurster. Auf dem Kurster. Wir haben auch keine Schwäche von den vier. Guck mal eine andere Persona an. Angels Wind. Wind kann auch nicht sein. Ah, was war denn Absara? Oh, Absara. Zwei Enemies! Charge! Schau sie! Ah, so'n Pechel! Ah Gott! Was ist sie ja? HP? Okay, machen wir erst mal. Wen halten wir denn? Na komm, mach mal Chia Charm. Chia Charm, dann zeig ich das auch schon. Das war aber nicht viel, glaub ich. Das war cool, Yosuke. Das war aber nicht so. Das war cool. Ach ja. Das ist ein dicker Haut. Ja, das war's. Ja, John! Das war's! Ach du Scheiße. Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Nur ein Erster! So. das war's! Das war's! Das ist ein bisschen stärker! Das war's! Oh, dann eine neue Attacke. Das ist gut! Hör! Hör! Okay, ich hab absolut keine Ahnung zu sehen! Mist! Oh mein Gott, okay, warte mal, können wir... Ich glaube, es bringt noch nichts, oder? Es ist nicht hart! Ich bin sicher, dass du gewinnen kannst! So, wir haben eine neue Attacke! Aber irgendwas Support-mäßig wird, also mach mal Zero. Oh! 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 Okay, das kommt jetzt hier dagegen ab. Machen wir noch mal einen Garu. Das ist jetzt nicht wahr. Heißt, dass er kann... Blitzkampf! Und keine Ahnung! Elektrizität wird nicht an dieser Stelle funktionieren! Okay! Höhöhöhöhöhöhöh! Das ist nicht gut! Gar nicht gut! Machen wir erst mal nirgends anderem Platz! Boah, das ist ein kleines... Irgendwas! Ach du Scheiße! Okay! Mach du das! Was kannst du damit machen, Jiraiya? Das ist es, Yosuke! Ein Arme runter! Machen wir erst mal einen Attack hier. Ich hoffe, die anderen gehen auch draus. Ah! Verdammt! Okay! Ah! Attack! Oh! Gucken Siho! Aber Siho ist wahrscheinlich auch nicht so gut, aber ich mach's trotzdem mal. Wir müssen ja lernen. Na doch! Das ist sweet! Okay! Perfekt! Okay! Dann machen wir so ganz viel Schaden. Und dann machen wir hier äh... Bam Bam! Ins Gesicht! Wie geht's? Oh Gott, hier wir kommen! Oh Gott! Oh Gott, hier wir kommen!